Okay Freunde, wie ihr schon sehen könnt, heute geht es endlich um den MVP und Freunde, es wird nicht nochmal Nikola Jokic werden. Der gute Mann hat drei MVPs in den vergangenen vier Jahren gewonnen. Der hat sich zementiert als einer der größten Spieler aller Zeiten und ich glaube, der müsste 30 Punkte Triple Double auflegen und die Nuggets müssten 65 plus Spiele gewinnen, damit Jokic nochmal den MVP gewinnt. Denn es gibt so viele andere Kandidaten und wir wissen, es gibt auch bei den Votern immer den berühmten Votus-Fatigue. Also irgendwann sagen die einfach so, ey, jetzt haben wir zehnmal für Jokic gevotet, jetzt wollen wir auch mal einem anderen Spieler die Möglichkeit geben. Und es gibt eine Menge, Menge Spieler, die dafür ins Rennen gehen in dieser Saison. Und übrigens heute ist Saisonstart, wo ich mich sehr drüber freue. KBJ-Show kam jetzt wahrscheinlich dann schon auf dem Main Channel, immer um 14 Uhr, die Highlights aus der vergangenen Nacht, wenn ihr vorbeischauen wollt. Und ja, ey, Freunde, was soll ich euch sagen? Es gibt so viele Kandidaten. Ja, wir müssen anfangen mit meinem Favoriten dieses Jahr, Luka Doncic. Wir haben aber auch SGA. Wir haben Giannis, der sicherlich wieder im MVP-Rennen sein wird. Wir haben sonst noch aus der Eastern Conference Jalen Brunson, über den wir gleich reden werden. Wir haben Anthony Edwards. Wir haben einen Ja Morant, vielleicht ein bisschen Outsider-Kandidat, den man gar nicht so auf den Schirm hat gerade. Wir haben einen Devin Booker, Dark Horse-Kandidat. Ich weiß, sehr geringe Chance, aber ich wollte ihn trotzdem mit reinnehmen. Und wir haben auch theoretisch Jason Tatum. Theoretisch deswegen, weil bei den Celtics ist die Mannschaft ein bisschen mehr der Star als Jason Tatum wirklich. Und man hat es am besten letzte Saison gesehen. Die Celtics haben 64, 65 Spiele gewonnen, deutlich mehr als alle anderen Teams. Jason Tatum hat mal wieder eine starke Saison gespielt und trotzdem war, glaube ich, die ganze Saison über Null eher in der MVP-Konversation, weil eben die Mannschaft drumherum so stark ist, weil er einen Jalen Brown hat an seiner Seite, der jetzt auch Finals MVP wurde, Western Conference Finals MVP wurde. Und ich glaube einfach, dass Leute außer Jason Tatum macht jetzt nochmal einen riesen Leistungssprung. Ich glaube einfach nicht, dass er in dieser MVP-Kategorie in der neuen Saison gesehen werden wird. Deswegen können wir ihn schon mal closen. Und wir müssen jetzt wirklich nochmal über dieses Thema mit den Siegen reden, weil ich wurde die vergangenen letzten Jahre immer so ein bisschen angegangen, wenn ich gesagt habe, ey, Doncic ist kein MVP-Kandidat dieses Jahr. Und es lag immer, oder größtenteils lag es daran, dass die Dallas Mavericks einfach den Racket nicht hatten, beziehungsweise dass andere Teams einfach eine deutlich bessere Bilanz hatten und deswegen Doncic nicht MVP werden konnte. Denn diese Bilanz gehört einfach dazu. Und deswegen habe ich jetzt auch für dieses Video mal die vier, fünf Teams zusammengesucht, wo ich denke, die werden in der neuen Saison sicherlich unter den ersten drei irgendwo landen. Ein paar haben eine höhere Chance, ein paar haben eine geringere Chance. Und wir gehen alleine anhand der Teams jetzt mal durch, wer sich überhaupt qualifizieren wird. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ey, mein Lieblingsteam sind die Warriors und Steph ist so wichtig für den Erfolg der Warriors und er ist einer der besten Spieler der NBA, warum reden wir nicht mal überhaupt über ihn in dieser Kategorie? Weil der Teamerfolg dazugehört und weil die Warriors höchstwahrscheinlich keinen großen Teamerfolg haben werden. Die werden eher um die Play-Ins mitspielen, also um die letzten Qualifikationsspiele sozusagen für die Playoffs. Und da hat er einfach nichts mit der Tabellenspitze zu tun. Dementsprechend wird Curry auch nicht beim MVP-Rennen dabei sein. Das ist sein eigenes Thema, weil ich persönlich könnte auch echt drüber reden, so ey, zum Beispiel Curry, wenn wir bei ihm bleiben. Curry ist so wertvoll für sein Team wie kaum ein anderer Spieler. Warum zur Hölle sollte der nicht den MVP bekommen? Aber wir kennen die Regeln, deswegen gehen wir es jetzt mal durch hier mit diesen Teams. Wir haben die Celtics, die habe ich gerade schon so ein bisschen abgeschrieben. Sorry Tatum, sorry Brown. Das würde mich sehr überraschen, wenn einer von beiden den MVP holt. Dann haben wir die Sixers. Die Sixers, die eigentlich einen MVP-Kandidaten haben in Joel Embiid. Der uns jetzt aber gesagt hat, dass er keine Back-to-Bags spielen wird in der neuen Saison. Und der, glaube ich, insgesamt einfach nie wieder fit sein wird für eine komplette MVP-Season. Also man muss ja 65 Spiele von den 82 machen. Und ich sehe ehrlich gesagt keine Chance, dass Embiid das in den nächsten paar Jahren machen wird. Deswegen, ich glaube, Embiid ist raus, PG ist kein MVP-Kandidat und Maxi ist auch noch weit davon entfernt. Deswegen bei Philly werden wir kein MVP-Kandidat sehen. Bei den Knicks ist es spannend mit Jalen Brunson. Hier bin ich mir ziemlich sicher, dass die Knicks eine gute Bilanz haben werden. Die haben heute Nacht den Season-Opener gespielt gegen die Celtics. Ihr wisst jetzt schon, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich gucke es mir später an. Und ich bin gespannt, wie sie sich schlagen und vor allem, wie dieses Zusammenspiel funktioniert. Jetzt dann mit Bridges, aber halt vor allem auch mit Towns. Das sind halt schon zwei neue Spieler mit dabei. Brunson hatte noch nie so einen Spieler an seiner Seite wie Cat. Cat hat noch nie mit so einem Point Guard wie Brunson zusammengespielt. Die sollten sich eigentlich gut ergänzen. Aber was passieren könnte, ist, dass beide einfach sich so ein bisschen gegenseitig aus dem MVP-Rennen nehmen. Ich meine, Cat ist eh kein MVP-Level-Spieler, wenn wir ehrlich sind. Aber es könnte sein, dass Brunson von Cat so ein bisschen rausgenommen wird, weil Cat einfach sehr, sehr gut spielen wird, wahrscheinlich an seiner Seite. Und dann haben wir das gleiche Phänomen wie hier mit Jalen Brown und mit Jason Tatum. Möglicherweise. Wir wissen noch nicht genau, wie der fit sein wird. Bridges musste auch noch irgendwie integrieren mit seinem neuen Krummwurf. Ich bin gespannt, ob Brunson am Ende eine MVP-Kampagne haben wird. Normalerweise sollte er die Zahlen haben. Er hat letztes Jahr seine 28 Punkte gedroppt. Er ist einer der besten Scorer in der NBA. Er ist der Point Guard bei den Knicks. Er sollte die Fäden in der Hand haben. Also er hat eigentlich alles, um MVP zu werden. Aber ich bin mir noch nicht 100% sicher, wie der fit sein wird mit Cat. Und dementsprechend dann, wie viel das vielleicht von seinem Spiel auf dem Statistikbogen wegnehmen wird. Was dann dafür sorgt, dass er beim MVP-Rennen doch nicht wirklich berücksichtigt wird. Okay. Nächstes Team. Hier könnte man eigentlich das Gleiche sagen, weil Janis ist natürlich hier der MVP-Kandidat. Aber du hast ja Dame Lillard im Team. Und Dame ist immer noch krass, auch wenn er mittlerweile weit über 30 ist. Aber Janis hat letztes Jahr einfach schon eine MVP-würdige Saison gespielt. Es hat nur keinen gejuckt. Also Janis war letztes Jahr 30-12-5 oder 30-12-6 bei 60% aus dem Feld. Also der hat komplett abgerissen, Janis, letztes Jahr. Es hat, wie gesagt, nur keinen gejuckt, weil das Team nicht so viel Erfolg hatte. Und weil er sich am Ende der Saison dann verletzt hat und nicht in den Playoffs dabei war. Deswegen hat keiner wirklich mehr über seine Saison geredet. Aber er ist auf jeden Fall ein MVP-Dauerkandidat. Hat halt schon zweimal gewonnen. Das ist dann immer schwer, nochmal zu gewinnen. Das war auch für Jokic jetzt schwer. Das war für LeBron damals schwer. Also nochmal jetzt einen MVP-Run zu bekommen und die Votes vor allem zu bekommen, weiß ich nicht. Und dann letztes Team. Ich habe es jetzt einfach mit reingenommen, der Vollständigkeit halber, weil sie theoretisch unter den Top 3 closen könnten. Im Osten sind die Cavs. Der einzige MVP-Kandidat hier ist Max Drusen. Der einzige MVP-Kandidat hier ist Donovan Mitchell. Er hat sicherlich das Scoring. Ich finde nicht, dass Donovan aber ein MVP-Level-Spieler ist. Er ist ein Star, er ist ein All-Star. Er ist vielleicht sogar ein Superstar, aber er ist sicherlich kein MVP-Level-Spieler, finde ich persönlich. Deswegen, ich glaube, über Donovan müssen wir hier eigentlich nicht viel reden. Okay, das war jetzt nur die Eastern Conference. Ja, und da haben wir jetzt, wie gesagt, wir haben vor allem Yannis, wir haben Brunson und das sind eigentlich meine zwei Main-Kandidaten hier, weil Yanni, Brunson und dann habe ich eigentlich niemanden mehr aus dem Osten, weil ich halt die Celtics raus habe. Ich weiß, Embiid ist sowieso raus und ja, über Brunson haben wir geredet, Bucks haben wir geredet und Cavs sehe ich nicht wirklich. Deswegen, wir haben eigentlich nur zwei wirkliche Kandidaten in der Eastern Conference. Im Westen gibt es deutlich mehr Kandidaten und hier müssen wir auch über jedes einzelne Team reden. Nummer eins natürlich, es ist OKC mit Shea. OKC haben wir schon oft drüber geredet, wird höchstwahrscheinlich das beste Team im Westen sein. Vielleicht sogar der ganzen NBA, je nachdem wie fit die Celtics sind. Aber ich denke, die Spitze wird sein entweder Celtics oder OKC, wenn du dir die ganze NBA anguckst. Und im Westen sollten sie eigentlich auf jeden Fall die Eins sein, außer sie haben irgendwie Verletzungspech oder der Fit von Chad und Isaiah Hartenstein funktioniert gar nicht, wovon ich aber im Moment noch nicht ausgehen würde. Diese Mannschaft ist unglaublich tief. Du kannst auch hier sagen, ja, aber es gibt eine Jalen Williams und dadurch hat doch Shea auch Hilfe. Es geht mir nicht nur um Hilfe, es geht wirklich auch um Star-Kaliber und es geht darum, auf welchem Level bekommst du Hilfe. Und das, was Jalen Williams, Shea gibt, ist natürlich eine Menge, ist die zweite Scoring-Option, ist ein guter Verteidiger. Aber Jalen Williams ist ja kein Star in der NBA und ich glaube, dass Shea auf jeden Fall durch die Bilanz, durch die Zahlen, die er immer auflegt, mit seinen immer 30 Punkten, super effizient, einfach ein unglaublich effizienter, guter Spieler, letztes Jahr den Dreier gut getroffen. Also ich glaube, dass Shea wahrscheinlich der Nummer 1, Nummer 2 Kandidat auf den MVP dieses Jahr ist. Und er wird eigentlich nur, er bekommt nur den Rang abgelaufen von Luca. Wie gesagt, Luca ist mein Nummer 1 Kandidat auf die neue Saison. Das Team ist super stark, auch wenn ich nicht glaube, dass Klay so viel starten und vor allem closen wird für die Mavs. Ich glaube, dass wir hier öfter mal Najee Marshall sehen werden, einfach wegen der Defense. Aber die Mavs sind tief. Die Mavs waren letztes Jahr in den Finals. Luca ist seit Jahren einer der besten Spieler der Welt. Wir machen fast immer den Fehler, dass wir Luca schon relativ früh in diese Janis Jokic im Beat Kategorie mit reingeworfen haben. Dabei gehört er vom Alter eher zu der Generation darunter. Also er gehört eher zu den Tatums und zu den, wie heißen sie, Anthony Edwards und Ja Morantz und so. Da gehört Donchic eigentlich mehr dazu. Aber dadurch, dass er so krass war von Anfang an, haben wir ihn sofort zu den aktuellen MVPs mit reingeworfen, wo er vielleicht vor ein paar Jahren auch noch gar nicht so viel zu suchen hatte. Jetzt mittlerweile muss man sagen, er ist natürlich einer der besten Spieler der Welt. Das ist wahrscheinlich Jokic, Janis und er, die die Top 3 sind in der NBA. Und er macht seine Teammates besser. Er könnte noch ein bisschen weniger sich über die Refs abfacken. Er könnte gerne ein bisschen bessere Defense spielen. Vielleicht ein bisschen kontrollierter auch noch spielen. Ich weiß, dass das sein Game auch irgendwo ausmacht, weil er ist für seinen Hero Ball bekannt. Er ist dafür bekannt, riskante Plays zu machen und das gehört zu seinem Spiel. Und du brauchst bei manchen Spielern auch diesen Spielwitz einfach dabei und diese Attitude mit dabei. Und dann gehört auch mal ein Turnover mit dazu und das nimmst du dann halt an. Aber er könnte trotzdem einfach ein bisschen kontrollierter noch spielen. Und wie gesagt, er könnte echt aufhören, sich so viel bei den Refs zu beschweren. Ich weiß, er hat das teilweise in den Playoffs gemacht. Aber nach ein, zwei Spielen war er dann doch wieder nach jedem Play bei den Refs. Und ich glaube, das fuckt die Voter ab. Ich glaube, das fuckt uns als Fans ab. Und das wäre eine coole Entwicklung. Trotzdem bleibe ich dabei, dass die Mavs und OKC wahrscheinlich beide sich battlen werden um den besten Racket, um die beste Bilanz im Besten. Und wenn Luca da wirklich mitspielt, um die beste Bilanz im Besten, dann glaube ich, führt kein Weg an ihm vorbei als MVP. Also der Typ ist so das Gesicht der Liga in dem Sinne von der europäischen Seite auf jeden Fall. Der hat ein unglaubliches Charisma, der hat einen unglaublichen Wiedererkennungswert. Und das zählt alles auch zum MVP dazu. Mache ich jetzt nicht gut meinen Case, weil zuletzt hat Jokic drei aus vier gewonnen. Und Jokic hat nicht dieses Charisma, vor allem nicht für die USA. Aber das, was Doncic die Leute vor den Fernseher zieht, das hat Jokic nicht wirklich. Der ist eher für uns Hardcore-Basketballfans ein absolutes Wunder. Und da gucken wir gerne hin. Aber der Casual-Fan schaltet ein wegen Luca, weil Luca spielt. Und die kennen auch den Namen Luca. Die wissen gar nicht, wie Jokic mit Vornamen heißt in den USA. Die sagen einfach nur Joker, weil sie überhaupt nicht den Namen checken. Aber egal. Ich glaube, es ist Doncic's MVP dieses Jahr zu gewinnen. Also alles andere würde mich wundern. Er oder SGA sind eigentlich die zwei Top-Kandidaten für mich. Man darf trotzdem nicht vergessen, es gibt immer noch die Timberwolves, die höchstwahrscheinlich eine gute Bilanz haben werden, je nachdem wie Randle und Gobert zusammenfitten. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber selbst wenn der Fit nicht 100% gut ist, sie haben Dante bekommen für die Bank. Ich glaube, die Wolves werden gut aussehen. Und Top 3, Top 4 sollten sie auf jeden Fall gehen. Dadurch sind es, wie gesagt, ein bisschen eher Außenseiterchancen. Speaking of das Gesicht der Liga, also wenn einer das neue Gesicht der Liga wird, dann ist es end. Ich finde, kein Spieler in der NBA hat so ein Charisma, hat solche Star-Qualitäten. Man hat es jetzt auch wieder gesehen in der Netflix-Doku. Also Ant trägt da ganze Folgen einfach. Und du bleibst nur dran wegen Ant, weil er einfach so engaging ist, so viel Charisma hat. Und du bleibst einfach automatisch deswegen dran. Er hat eine unglaublich spektakuläre Spielweise. Und so viele Leute sind von einem fucking Minnesota Timberwolves Team plötzlich angetan und angezogen, was normalerweise kein Mensch interessiert da, was irgendwo in Minnesota abgeht. Deswegen, ich glaube, Ant wird auch irgendwann in seiner Karriere einen MVP gewinnen. Ich glaube, dass Ant sicherlich eins der Gesichter der NBA ist, wenn nicht das Gesicht der NBA, vor allem bei den jungen Spielern. Und ja, es ist aber einfach von der Bilanz her, glaube ich, nicht zu 100 Prozent dieses Jahr sein Jahr. Und ich finde einfach, dass Doncic und SGA wahrscheinlich einen besseren Case haben werden als er. Okay, dann haben wir die Wolves auch abgehakt. Dann haben wir hier noch die Suns. Jeder, der meine Team-Preview gesehen hat, weiß, ich bin sehr hoch, was die Suns in der Regular Season angeht. Ich glaube, dass die eine überragende Offense spielen werden, jetzt auch mit Budenholzer als Coach. Die Siege werden also da sein. Das würde mich nicht überraschen, wenn sie Top 3, Top 4 finischen. Top 2, wie gesagt, ist wieder schwer zu knacken, weil OKC und Dallas werden wahrscheinlich alles irgendwie in den Schatten stellen. Und ich habe dann einfach nur das Problem bei Booker, sollten sie wirklich Top 3 gehen. Und selbst das ist ein Reach, von der 3 dann MVP zu werden. Aber sagen wir, sie gehen Top 3 im Westen und sie haben wirklich eine starke Bilanz. Am Ende des Tages, du wirst auch in dieser Saison immer noch Games haben, wo Devin nicht der beste Spieler auf dem Feld ist, sondern Kevin. Devin und Kevin. Also Booker wird nicht der beste Spieler sein in jedem Game, sondern es wird auch Off-Durant sein. Jetzt bin ich das vorhin so ein bisschen übergangen bei Luca mit Kyrie. Natürlich ist Kyrie überragend. Ja, also niemand weiß das besser als ich, wie krass gut Kyrie ist. Und wir haben ihn auch wirklich sehr, sehr viel gelobt letzte Saison. Aber trotzdem ist Kyrie, läuft meiner Meinung nach, läuft Luca nicht Gefahr, dass Leute den Fernseher anmachen und sagen, oh, Kyrie war schon wieder besser als Luca. Oder oh, Kyrie trägt schon wieder die Mavs und Luca steht an der Seite. Das passiert nicht wirklich. So was passiert eher bei den Suns insofern, dass Kevin Durant ein Spiel im Alleingang übernehmen kann. Und das zwar sehr häufig in der Saison. Das kann ein Kyrie hier und da auch mal, aber nicht über einen Großteil der Saison. Also es ist schon Lucas' Team. Luca hat den Ball in der Hand und Luca dirigiert das Spiel. Das ist nicht so wie bei den Suns, wo KD mal heiß läuft oder Booker mal heiß läuft und die sich so ein bisschen abwechseln. Ist nicht das gleiche Kaliber, ist nicht der gleiche Unterschied zwischen den beiden Skillsets. Okay, und jetzt muss ich selber schauen, ach so, ja klar, unser Outsider-Kandidat beziehungsweise unser Überraschungskandidat vielleicht für dieses Jahr, es ist wirklich Jamo Rand. Jamo Rand hat eigentlich alle Möglichkeiten, dieses Jahr MVP zu werden, weil sein Team ist stacked as fuck. Ich glaube, wir haben das alle vergessen, weil die letztes Jahr halt so viel verletzt waren. 33 Spieler eingesetzt, ein NBA-Rekord, die hatten so viele Verletzungen. Selbst die G-League-Roster haben gesagt, ey Bro, wir haben keine Spieler mehr, wen sollen wir euch denn geben? Und bei Memphis war letztes Jahr einfach so viel kaputt, letztes Jahr, dass wir nicht darüber geredet haben. Diese Saison sind die alle wieder gesund, wobei Jaron sich jetzt, glaube ich, verletzt hat. Nagelt mich nicht darauf fest, aber ich glaube, Jaron verpasst ein bisschen am Anfang. Aber wird hoffentlich nicht so schlimm sein. Sie haben jetzt Zack Edy dazu bekommen, der ein spannender Charakter sein wird bei ihnen, je nachdem, wie gut er funktioniert. Ich glaube, in der Preseason habe ich eine Menge Positives über ihn gehört. Also er könnte als Big neben Jaron Jackson Jr. funktionieren. Desmond Bain hat letztes Jahr, glaube ich, die halbe Saison gespielt. Smart hat noch weniger gespielt. Und Jar hat irgendwie neun Spiele gemacht. Also die Grizzlies, um es kurz zu machen, haben unglaublich viel Potenzial. Ich hatte sie in meinem Power-Ranking an der 3, glaube ich, oder an der 4. Also sie können auf jeden Fall einen guten Run machen. Und dann wäre Jar natürlich, speaking of, spektakuläre Spielweise und so ein bisschen Gesicht der Liga, auch wenn er jetzt Scheiße gebaut hat die letzten zwei Jahre. Ich glaube, dass Jar dann absoluter MVP-Kandidat wäre. Ich weiß nicht, ob er es kriegen würde, ehrlich gesagt, weil, wie gesagt, ne Menge halt, ne Menge jetzt in der Vergangenheit passiert. Die NBA sieht es dann immer nicht so gerne, wenn so ein Spieler dann plötzlich voll gepusht wird in den Medien. I don't know, wie das laufen würde, wenn die Grizzlies jetzt plus, ja, ich sag mal, plus 55 Spiele gewinnen. Dann wird es halt schwer, ihn zu ignorieren. Aber gibst du ihm nach den anderthalb Jahren, die er hinter sich hat, gibst du ihm da jetzt ein MVP und lachst, wenn du Adam Silver bist? Ist eine schwierige Frage. Aber ja, Jar hat sicherlich auch das MVP-Skillset. Jar ist ein MVP-Level-Spieler. Er braucht halt nur den Team-Erfolg, den er, glaube ich, haben wird. Und es geht am Ende einfach nur darum, schlägt er von der Bilanz her die Mavs oder die Thunder. Weil da komme ich am Ende einfach wieder raus. Die Thunder und die Mavs werden die beste Bilanz haben im Westen. Und dann sind es einfach zwei so herausragende Spieler, dass an den beiden nichts vorbeigehen wird. Ich weiß nicht, ob wir genug Zeit gerade mit den Bucks verbracht haben, mit Janis. Wahrscheinlich schon. Und ich bin einfach nur Bucks-Fanboy gerade. Aber ich will es nochmal betonen, der hat letztes Jahr eine kranke Saison gespielt. Es hat nur keinen gejuckt. Und das passiert oft bei MVPs, die schon mal MVP ein-, zweimal wurden. Gerade wenn sie Back-to-Back-MVP wurden, so wie Janis damals. Das passiert dann einfach, dass diese Saisons mit der Zeit irgendwie ignoriert werden. Weil man sagt, ja, aber der hat ja schon mal gewonnen und jetzt konzentrieren wir uns mehr auf das. Und ich will gar nicht wegnehmen davon, dass Jokic und Embiid die letzten zwei Jahre gewonnen haben. Ist alles in Ordnung. Ich sage nur, dass wir so ein bisschen übersehen haben, was für eine richtig starke Season Janis letztes Jahr hatte. Und wenn die Bucks es schaffen sollten, unter den ersten beiden zu finishen im Osten. Ich glaube nicht, dass sie besser finishen als die Celtics, aber vielleicht besser als New York und dann doch an die drei gehen, überraschenderweise. Sie müssen auch besser finishen als Philly. Aber seit ich jetzt gehört habe, dass Embiid keine Back-to-Backs spielt und jetzt auch schon für den Season-Opener raus ist und Paul George raus ist für den Season-Opener, denke ich mir, ey, da ist eigentlich doch eine Menge Platz für die Bucks von der Bilanz her. Die Zahlen werden da sein. Auch wenn er mit Dame spielt, glaube ich trotzdem, dass es für ihn möglich sein wird, weiterhin diese Zahlen zu bringen. Und ey, wir sollten ihn nicht ausschließen. Aber ihr habt es schon gemerkt, das ganze Video über meine Top-Lock-Picks sind einfach Doncic und SGA. Ich glaube, es ist ihr Jahr. Ich glaube, sie werden die Bilanz haben. Sie haben die besten Teams und sie sind einfach so überragende Spieler. Was du auf jeden Fall noch anmerken kannst, und das mache ich eigentlich auch fast immer bei der MVP-Konversation, ich versuche immer das Thema Defense mit reinzubringen und da wäre dann SGA natürlich deutlich über Doncic. Und ich würde das verstehen, wenn Leute sagen, ja, aber Defense gehört doch auch zu einem wertvollen Spieler dazu. Deswegen, wenn du der Wertvollste bist, dann muss auch deine Defense stimmen. Also gib es lieber SGA anstatt Doncic. Ich verstehe das. Glaubt mir, ich habe immer dann gepusht für Janis und habe gesagt, ja, aber Janis spielt halt beide Seiten und andere Spieler spielen nur eine Seite des Feldes. Aber meistens fällt die Defense tatsächlich weniger ins Gewicht bei den meisten MVP-Votings. Und es ist jetzt auch nicht so, dass SGA irgendwie Jaden McDaniels ist. Also er ist ein guter Defender, er ist ein überdurchschnittlicher Defender, er ist sehr, sehr gut in Steals, wenn ich es noch richtig weiß. Aber es ist nicht so, dass SGA der Lockdown-Defender ist bei den Thunder. Die haben andere, die haben Lou Dort, die haben Caruso jetzt bekommen, die haben Jalen Williams, das sind eher die Defender. Und Shea ist ein guter Defender, aber wie gesagt jetzt auch nicht Depoy-Level. Wobei hat Shea, ey fuck, jetzt will ich nichts Falsches sagen, hat Shea letztes Jahr oder vor zwei Jahren, war der nicht sogar All-NBA mal in der Defense? Vielleicht labere ich auch gerade. Ich gucke das jetzt extra nach. Er war hier All-NBA, war er irgendwann mal All-Defense? Nee. Er wurde siebter beim Depoy im letzten Jahr. Okay, ey, das ist sehr respektabel tatsächlich, siebter beim Depoy. Aber nee, er war nie All-NBA-Defense. Krass, der wurde sechster beim Rookie of the Year. Alter, guck, wo er heute ist. Der Trade ist nicht gut gealtert. I'm sorry, der Trade ist nicht gut gealtert, Clippers. Okay, Freunde, damit sind wir durch. Das waren meine MVP-Kandidaten. Ich habe euch meine Favoriten gesagt. Und ich werde das auf jeden Fall noch bei Shots fired verteidigen. Wir haben heute, nee, wann haben wir Shots fired? Wir haben morgen Shots fired. Aufnahme und auch Release. Shots fired kehrt zurück. Undrafted kehrt zurück. Beides droppt morgen. Wir fangen an auf Siebers Kanal. Da droppt morgen Shots fired. Deswegen da gerne abchecken. Da debattieren wir entweder den MVP oder den Champ. Und bei Undrafted auf dem NBA Europe Kanal, da debattieren wir dann entweder auch den MVP oder den Champ. Ich weiß noch nicht, wo welche Debatte kommt, aber wir machen zwei fette Debatten. Shots fired is back. Ich weiß, viele haben es sich gewünscht. Und wir bringen es zurück. Okay, Freunde, ich hoffe, dass der Saisonstart heute Nacht sehr geil war. Ich hoffe, dass wir eine coole KBJ-Show hatten auf dem Hauptkanal. Und ja, ey, insgesamt danke für den ganzen Support jetzt. Wir haben wieder angefangen, ich glaube, so vor einem Monat ungefähr wieder mit Aktiv-Videos, nachdem halt Off-Season war und Sommerpause und Shit. Und ich muss sagen, schon während der Pause jetzt, das war ja Pre-Season quasi, wo wir jetzt Videos gemacht haben, wo viele gar nicht sich so viel mit der NBA beschäftigen. War so ein krasser Support hier die ganze Zeit. Kommentare übertrieben, nett und konstruktiv und alles cool. Deswegen an der Stelle danke. Ich hoffe, wir haben eine richtig, richtig geile Season zusammen. Und ja, ihr wisst, was ihr alles findet. Bobby Kjörn Kanal, Kobe Björn Kanal, NBA Undrafted, Shots fired, fünfte Viertel Podcast, mehr als Basketball Podcast. Und Instagram versuchen wir auch ein bisschen mehr zu machen, wobei ich das noch nicht versprechen kann. Aber ja, ihr findet überall NBA-Inhalte, glaube ich, jeden Tag auf den diversen Kanälen. Zumindest auf einem davon jeden Tag irgendwo droppt schon was. Und ja, vielen, vielen Dank für den Support. Freue mich auf die Season. Und yes, lasst uns durchziehen und schreibt mir eure MVPs oder den einen MVP in die Kommentare. Okay, Freunde, ich bin raus. Tausend Dank, haut rein. Peace.